Was ist die Methode in unserer Hand? In unserer Hand hat sich die Methode als sicherer erwiesen, weil man schlichtweg den chirurgischen und menschlichen Faktor ausschaltet. Das heißt, der Laser arbeitet immer genau mit der gleichen Qualität. Das ist ganz klar, dass der Laser da besser ist als ich. Man würde sich völlig überschätzen als Mensch, wenn man sagt, man kann genauso gut wie ein Laser schneiden und operieren mit immer der gleichen Konstanz. Also hat sich der Laser hier wirklich als besser erwiesen. Und das ist nicht nur unsere persönliche Meinung natürlich, sondern wenn man in die wissenschaftliche Weltliteratur geht, kommt man immer zu dem gleichen Ergebnis.